Hallo, wir sind wieder in der Nacht! Heute habe ich keinen Ton! Kein Ton! Ich habe keinen Ton! Wieso habe ich keinen Ton? Da ist ja kurz mein Testclub! Hallo Testclub! Und die Würze, wenn ich aufnehmen soll! so jetzt kommt er wieder ein bisschen sneaky und leise und schon smooth jetzt wir kommen bei der neuen smoothing folge von let's play böser kaktus ich werde mal weiter ruhig und chillig hier heute mal ganz entspannt durch die nacht gehen die creep in ihrer natürlichen umgebung beobachten hunger haben aber nichts mehr zum essen deswegen müssen wir sand mitnehmen damit wir aus dem sand nachher später sandsteine machen können da drüben ist schießtiger da drüben sehen wir zwei creeper in ihrer natürlichen umgebung werden wir diese nacht hunger und durst überleben man weiß es nicht er hat uns noch nicht gesehen wir müssen leider auf das häschen verzichten dafür nehmen wir jetzt noch zwei schilfdinger mit waren sie eine treppe rauf kommt runter mal gucken! mal gucken ob das geht! bau bau ba 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 m die sind ja nicht ein bisschen angeschlagen die sind zusammen das hilft auch nichts und doch ein bisschen gras wieder was wir kippen wollen kein kiffer hier können wir irgendwas bauen der bau rupst macht uns das verdorbene fleisch eigentlich krank das tote oder 19 fast 20 cool wenn ich das jetzt mal wegschmeißen ich bin vergiftet oh mein gott egal ich bin einer von euch ich habe gerade euer fleisch gegessen man will ja alles ausprobieren ja ich habe ab 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 so viel gegner so viele gegner sind wir sind noch immer auf der suche nach bäumen ich habe keine ahnung wo bäumen sein könnten hautsch da hat die getan um ein gott 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 ein gott um die nächste dauernd immer ewig lang es sind auf wenigstens kriegen wir ein bisschen sand für unsere zusammen egal kein sein für die sammlung stecken das fleisch wo ist das fleisch im inventar drin was brauche ich denn Knochenmehl egal finden wir noch Zuckerrohr kann ich nicht essen was kann ich mit dem Zuckerrohr machen baue wir meinen Knochen und dann mein nächstes Opfer Knochen auf der Jagd nach dem kleinen Osterhasen im Oktober der Halloween Hase wo ist er denn da ist ja der kleine Fritz er gibt mir kein Fleisch der Suizidhase oh ja ist ein Ball gestorben ich mag mich aber wiederbeleben ich wollte doch ich bin die Luft gesprengt ja toll naja so schnell kann es gehen jetzt haben wir wieder Sand jetzt haben wir wieder Sand ich habe so keine Ahnung wo meine Leiche ist hier da ist wieder ein Creeper und ich will nicht wieder in die Luft gesprengt werden hallo mein Freund hallo mein Freund Dankeschön der Höhl Dankeschön der Höhl ich beklau die Leute Kartoffeln Entschuldigung ich gehe ja schon wieder ha ha stock nase ich höre doch ein Hasen oder eine Fledermaus ok ist kein Hasen es ist ein Fledermaus ich hätte früher nicht mit dem Kaktus schmusen dürfen ich schaue schon wir wollten ja wegen Boymen schauen wo ist er dieser Boymen der ist weiter und breit nur Wüste am Anfang hatten wir ja mehr Glück mit Boymen irgendwie finde ich die Boymen gerade nicht hoch der dringend ist er ein bisschen Kaktus mitnehmen da ist ein Hase hallo Hase tschüss Hase und ja ich werde schon langsam müde aber ich nehme trotzdem weiter für euch auf finde ich einen Dom nach oben oder zwei oder drei oder vier oder fünf oder sechs oder acht Hase frag mich nicht warum ich das mache ich mache einfach Spaß blups so so der kann unten bleiben 10 Kaktien die werde ich nachher nutzen als Abwehr gegen böse Viechers hm da hab ich mir schon was gedacht blup blup und durch ganz viel Kaktien ich auch und die Doktor Kostik 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 Fels ich habe bin ich Kostik 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 Ich habe keine Ahnung, was das jetzt so an ist. Ein Hase. Aber wir haben ja schon mal einen Hasen umgebracht. Das muss reichen für heute. Kakteen. Ganz viele Kakteen. Ihr werdet schon sehen. Es sind Kakteen. Es sind Kakteen. Die hier rumstehen. Hört ihr mich fliehen. Dann kann ich das machen. Ein bisschen gepikst. Die bösen Jungs. Kakteen hier. So, mal schon. Ein bisschen auf, auf, auf. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir schon aufnehmen. Dup, dup, dup. Da drüben ist ein Lava. Ich sage es jetzt nicht. Guckt mal, kein Lava fällt. So. Ein bisschen machen wir noch. Es ist hier noch nicht wieder Nacht geworden. Jetzt gehe ich mal schnell durch. Dann gehen wir hier obi. Äh aufi. 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 Aufi aufm Berg. Und noch mal bei Kakteen. Da waren wir, glaube ich, schon hränglich im Kreis. Nicht doof. Sag jetzt nichts. Schreibt es in die Kommentare. hasen ich habe mich verlaufen ich kann auch wir sind auch ein hase na ja ich würde sagen ich hab einen baum gefunden da ist ein baum wir haben einen bäumen an einem see und erde und sand und und wir sehen uns dann in der nächsten folge von let's play minecraft wieder vielen einfach zuschauen auch rein aber auch nicht zu ich bin gerade zocker gute nacht ciao ciao